Herzlich willkommen meine Damen und Herren in der Volkshochschule im Norden des Landkreises München. Wir sind hier in Ismaning und senden live für Sie. Mein Name ist Andreas Müller, ich bin Astrophysiker und Chefredakteur von Stern und Weltraum und ich hatte ja schon mal einen Vortrag gehalten, da ging es dann um die Schönheit der Astrophysik und das ist so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, da machen wir eine Fortsetzung. Ich habe einfach ein paar astronomische Bilder mitgebracht und auch Bilder, die einen Bezug haben zur Astronomie und zum Teil auch mit einem sehr aktuellen Bezug. Ich möchte Ihnen da einfach mal eine kleine Reise vorschlagen, die wir zusammen unternehmen. Es geht um Raumfahrt, es geht um die Sterne, es geht um ferne Nebel, ferne Galaxien und auch ganz am Schluss geht es um Gravitationswellen. Das erste Bild, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist erstmal etwas aus der Reihe sehr imposant anzusehen. Wir bleiben also noch auf der Erde und gucken uns mal Radioantennen an. Radioantennen sammeln ja über eine metallische Oberfläche die elektromagnetischen Wellen in großen Wellenlängenbereichen auf. Wir reden da von Wellenlängenbereich von Metern. Das ist durchaus auch in Bereichen, wo Sender, Radiosender im UKW-Bereich senden und wir sehen hier ein Beispiel. Das ist das aktuell größte Radioteleskop der Welt, also als Einzelgerät. Es ist eine Radioschüssel, die sammelt also durch diese parabole Form die Radiowellen aus dem Kosmos auf und bündelt sie eben dann oberhalb von der Schüssel in einem Primärfokus. Dort sitzt dann eben ein Empfänger, um diese Daten dann aufzunehmen. Und diese Schüssel ist gigantisch groß, ist ein 500 Meter Durchmesser und sie ist in China das sogenannte Fast Teleskop. Das ist also benannt auch nach der Größe, nach den 500 Metern Durchmesser. Es ist tatsächlich so, dass der jeweils aktive Bereich, der benutzt wird für astronomische Beobachtungen, dann eigentlich etwas kleiner ist. Nur ein Bruchteil davon. Man kann diese Schüssel natürlich nicht schwenken, um nach einer Quelle dann Ausschau zu halten. Man ist limitiert dadurch, dass wir hier auf der Nordhalbkugel sind. Es sind also nur bestimmte Quellen, die über dem Horizont wirklich sichtbar sind, auch astronomisch zu beobachten. Man kann aber den Empfänger leicht hin und her fahren über der Schüssel und so den Fokus je nachdem bisschen verlagern. Also es gibt gewissen Spielraum, aber eben nicht viel. Also hier sehen Sie ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Und ich werde Ihnen auch später astronomische Bilder zeigen, Radiobilder, die mit solchen Teleskopen aufgenommen wurden. Ganz ähnlich ist dieses Teleskop, das Arecibo Radioteleskop in Puerto Rico. Hier noch im voll funktionsfähigen Zustand zu sehen. Es ist eine Schüssel mit 300 Metern Durchmesser. Und das Schlimme ist eben, es gab leider Unfälle. Also es wurde in Betrieb genommen 1963. Es ist also schon ein sehr, sehr altes Teleskop. Es wurde viel Geld reingesteckt. Es wurden Pulsare damit entdeckt, also rotierende, schnell rotierende Neutronensterne, die nur zum Teil auch im Radiobereich zu sehen sind. Natürlich auch viele Radiogalaxien, Radiolaute, Quasare. Das sind also aktive Galaxienkerne, die schwarze Löcher enthalten, die Jets herausschießen. Werde ich Ihnen dann noch ein Bild dazu zeigen. Wurden damit beobachtet. Und wir waren sehr betrübt dann eben zu hören, in diesem Jahr, dass dieses Teleskop durch die Unterkonstruktion zunächst, wo Trossen, Stahltrossen gerissen sind, dann leider beschädigt wurde in dem Bereich dieser parabolförmigen Fläche. Und leider jetzt im Dezember 2020 ist es noch schlimmer gekommen. Es gab Überwachung, Überwachungsvideos von Drohnen, die gefilmt wurden. Da kann man also auch durchaus sich Filme anschauen, in den sozialen Medien und im Internet, wo man sieht, wie dann hier von dieser Überkonstruktion, also was hier über der Schüssel schwebt, das ist nämlich die Primärfokus-Plattform, die wiegt allein 900 Tonnen, ist also wahnsinnig schwer, muss hier mit diesen Stahltrossen gehalten werden. Und man hat einfach dann die Altersschwäche dem Ganzen angemerkt. Leider ist dann also hier eine Stahltrosse gerissen. Die waren also schon relativ marodiert über die Jahre. Und dann ist also diese Riesenkonstruktion runtergefallen. Das sieht dann schlimm aus, dass ein aktuelles Bild wie das Aresiborat-Teleskop aussieht. Das ist also nicht mehr zu gebrauchen. Es ist wirklich vollkommen zerstört. Und wir sind deshalb sehr betrübt. Sie sehen auch, dass diese Oberkonstruktion, der Primärfokus, die Plattform heruntergestürzt ist mit den ganzen 900 Tonnen Gewicht und dabei auch diese Haltepilun am Rand geköpft hat, wo also die Stahltrossen festgemacht sind. Natürlich, wenn das alles runterfällt in den Spiegel, ist es komplett zerstört. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es da weitergehen? Es wurde vor allem von US-Astronomen genutzt, dieses Teleskop. Und man muss dann eben was Neues bauen. Wie gesagt, wir haben mit China und Fast. Wir haben noch viele weitere Radioschüsseln auf der Welt. In Deutschland gibt es bei Effelsberg in der Nähe von Bonn eine 100 Meter Radioschüssel, die benutzt wird, auch für, um sie zusammenzuschalten. Also das ist, auf jeden Fall gibt es noch Möglichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein Schlag für die Astronomie als Ganzes, aber insbesondere für die Radioastronomen. Kommen wir aber zu den schönen Bildern, die ich Ihnen versprochen habe. Wir haben mit unserer Zeitschrift Stern und Weltraum eine Kooperation mit The World at Night, TWAN genannt. TWAN Night Org ist auch hier die Webadresse, die Sie mal besuchen sollten. Da haben sich also Astrofotografen zusammengeschlossen, das ist ein internationaler Verbund, die wunderschöne Bilder hier zur Verfügung stellen. Wir drucken auch in jeder Ausgabe von Stern und Weltraum auf einer Doppelseite sehr großformatig dann diese schönsten Bilder ab. Und eines, was wir abgedruckt hatten, ist dieses Bild. Also wirklich fantastisch anzusehen. Auf dieses rätselhafte Glühen der Brandung komme ich später. Erstmal zu dem astronomischen Punkt. Wir sehen hier eine besonders helle Punktquelle, das ist die Venus. Gehört zu den hellsten Himmelskörpern überhaupt am Himmel. Erst kommt die Sonne, dann der Mond, dann kommt schon die Venus. Das ist der uns innere Nachbarplanet, der etwa auch die Größe hat von der Erde. Und wir sehen hier auch die Milchstraße. Also wenn Sie genau hinschauen, gibt es da so eine v-förmige Struktur. Das eine auf der linken Seite, da ist die Venus drin zu sehen. Das ist eher so eine Art Dunst, könnte man sagen. Auf der rechten Seite die Milchstraße. Der Dunst kommt dadurch zustande, dass wir in der Ebene der Planeten, wir haben ja das Sonnensystem in den Planeten und die sind aus einer Scheibe heraus entstanden. Und es gibt noch zwischen den Planeten, die ja alle mehr oder weniger in einer Scheibe kreisen, die man die Ekliptik nennt. Dort gibt es noch eben fein verteilt interplanetaren Staub. Wenn der von Strahlung getroffen wird, zum Beispiel von der Sonne, dann kann es eben passieren, dass dann dieses Licht in unser Auge reflektiert wird. Wir sehen dann also hier so ein diffuses Glimmen. Und das ist eben das sogenannte Tierkreislicht, was eben nach dem Tierkreis, nach dieser Ekliptikalebene benannt ist. Da finden Sie auch übrigens alle Sternbilder, die Sie vom Horoskop kennen. Die Tierkreis-Sternbilder sind genau in dieser Ekliptikebene zu finden. Die Milchstraße unserer Heimatgalaxie ist ja auch scheibenförmig. Es ist eine riesengroße Scheibe mit etwa 160.000 Lichtjahrendurchmesser. Und wir haben hier Sterne, einige hundert Milliarden Sterne. Wir haben leuchtendes Gas. Wir haben aber auch dunklen Staub. Den sehen wir hier auch. Also diese dunklen Strukturen. Das war ja hier eine relativ klare Nacht, wo das aufgenommen wurde, am Golf von Oman übrigens. Da sieht man also, dass es dunkle Bereiche gibt innerhalb dieses Bandes der Milchstraße. Das ist also wirklich Staub, der das sichtbare Licht verschluckt. Und deshalb kann man da nicht vernünftig im optischen Bereich durchschauen. Deshalb weichen dann zum Beispiel die Astronomen auf andere Wellenlängenbereiche aus. Infrarot oder Radiowellen oder Röntgenstrahlung. Da kann man dann durchaus durch den Staub durchschauen und gucken, was sich dann dahinter befindet. Zum Beispiel, um in der Milchstraße zu schauen. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen hatte, dachte ich, das sieht ja aus wie gefotoshoppt. Also irgendwie seltsam mit diesem blauen Glimm. Was ist denn da los? Ich habe nämlich noch nicht die Bekanntschaft gemacht mit Biolumineszenz. Es gibt also tatsächlich Bakterien, die im Meer leben oder auch in anderen Gewässern, die auf chemische Art und Weise Licht erzeugen können. Kaltes Licht, also nicht durch Wärme, sondern durch eine chemische Reaktion. Das sind üblicherweise zwei Enzyme, Luziferin und Luziferase, die vermischt werden. Und das kennen Sie vielleicht. Das wurde dann auch praktischerweise umgesetzt für die Camper zum Beispiel, für Leute, die gerne zelten gehen und dann eine Lichtquelle brauchen. Es gibt diese Stangen, wo die beiden Flüssigkeiten noch getrennt voneinander drin sind. Wenn man diese Stange bricht aus Plastik, dann fließen diese Flüssigkeiten zusammen, vermischen sich und es kommt genau diese chemische Reaktion zustande. Und das ist etwas, was die Natur uns eigentlich vorgemacht hat. Die Leuchtkäfer, die Anglerfische, alle nutzen also diese Reaktion, um Licht zu erzeugen. Und bei den Anglerfischen ist es tatsächlich, die also in der Tiefsee leben, eine Symbiose mit solchen Bakterien, die also Biolumineszenz erzeugen können. Das gibt es auch beim Hering zum Beispiel zu sehen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe gelesen, wenn man einen Hering aufschneidet und den ins Dunkle legt, dann gibt es auch solche Leuchtreaktionen. Also können Sie gerne mal im Kommentarbereich schreiben, ob Sie das schon mal gesehen haben. Aber das ist eben genau das, was hier in der Brandung passiert. Das sind also Leuchtbakterien, die hier ein wunderschönes blaues Leuchten abgeben und damit diese ganze Szenerie wunderbar abrunden. Kommen wir zum Mond. Eben waren wir noch bei der Erde. Jetzt wandern wir immer weiter weg in den Weltraum. Wir hatten bei Stern und Weltraum auch das Thema ein Mondposter dabei. Das war in der Jubiläumsausgabe Juli 2019 drin. Und zwar haben wir, das war ja 50 Jahre Mondlandung, 1969 war also die Mondlandung von der Apollo 11 Mission. Und seither ist da bei der Mondforschung einiges passiert. Es ist einige Zeit natürlich dazwischen stillgeblieben, still gewesen. Und jetzt hat man eben eine Mission auch dahin geschickt. Das war von der NASA, der LRO Lunar Reconnaissance Orbiter. Das ist ein Orbiter, der also nicht die Funktion hat, zu landen auf dem Mond, sondern um den Mond zu kreisen. Und da gibt es ein Laser Höhenmessgerät namens Lola passenderweise. Lola hat hier per Laser, im Prinzip funktioniert das wie ein Echolot, einfach Laserstrahlen auf die Oberfläche geschickt. Die werden wieder reflektiert. Und je nachdem, wie weit diese Oberfläche entfernt ist, gibt es ja dann eine etwas längere oder kürzere Lichtlaufzeit. Aus diesen Daten, aus den Lichtlaufzeiten, wurde dann eine 3D-Karte des Mondes erstellt. Und Sie sehen hier das Resultat. Auf der linken Seite die zugewandte Seite des Mondes, auf der rechten Seite die erdabgewandte Seite. Erstmal sehen wir vollkommene Unterschiede zwischen den beiden, also große Unterschiede zwischen beiden Seiten. Warum ist es überhaupt so, dass der Mond uns immer dieselbe Seite zeigt? Er dreht sich ja um sich selbst. Er braucht ja 27,3 Tage, um einmal um sich selbst zu drehen. Aber er braucht auch etwa dieselbe Zeit, nämlich einen Monat, um einmal um die Erde zu drehen. Das heißt, das ist genau der Grund, durch die Gezeitenreibung, also durch die Wechselwirkung zwischen Erde und Mond, diesen beiden rotierenden Massen, über viele, über lange Zeiträume, haben sich die beiden aneinander angepasst. Und der Mond zeigt deshalb immer dieselbe Seite, das ist so eine Synchronisierung, die da stattgefunden hat, der Erde. Und deshalb sehen wir von der Erde aus immer diese Vorderseite. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Leute sich gefragt haben, sieht es denn eigentlich auf der Rückseite aus? Könnten da Außerirdische leben? Oder gibt es da vielleicht eine Station? Also lange Zeit war das natürlich unklar, bis man eben endlich auch dann mal eine Mission hingeschickt hatte. Das Schwierige ist auch dann, es ist ein sehr kompliziertes Unterfangen, weil man muss ja irgendwie mit der Mondrückseite auch kommunizieren können, meistens mit Radiowellen, um die Daten auszutauschen, um Funkbefehle zum Beispiel zu schicken. Und leider ist man da im Funkloch. Deshalb hat man typischerweise eine Relaisstation auf der Mondrückseite über dem Mond schwebend sozusagen installiert, um dann, wenn man ein Länder zum Beispiel hat, dort kommunizieren zu können. Das wurde von den Chinesen gemacht. Man wollte dann eben die Rückseite genauer inspizieren und Chang'e 4 hieß diese Mission, die da hingeflogen ist. Und man hatte dann hier im Januar 2019 eine erfolgreiche Landung auf der Mondrückseite geschafft. Übrigens auf der rechten Seite bei dem Bild vom Mond sehen Sie ja diesen etwas bläulichen Bereich im Süden. Das ist das sogenannte Südpol-Eitken-Becken, wo man also besonders interessiert daran war. Das ist sehr tief gelegen. Bis zu 8 Kilometer tief geht es da runter. Und der Durchmesser von dieser Struktur, von diesem blauen Fleck, den Sie da sehen, beträgt 2500 Kilometer. Das ist also eine riesengroße Struktur. Und man war eben besonders daran interessiert zu schauen, ja, woraus besteht das Gestein dort. Man wollte eine Probe nehmen. Und das haben wirklich die Chinesen geschafft. Mit der chinesischen Weltraumbehörde CNSA ist man also da hingeflogen. CLEP, was ja auch dann später genannt wird, ist die entsprechende, das Mondprogramm von den Chinesen. Und die haben das wirklich geschafft, da auch mit einem Rover namens U-2-2 ein paar, ja, nicht eine Runde zu drehen, sondern der ist, glaube ich, so gut 100 Meter weit gefahren. Das hat also auch funktioniert, um dann da eben sich diese Mondoberfläche genauer anzuschauen. Und was jetzt jüngst in diesem Monat, Dezember 2020, geglückt ist, dass man auch von der Vorderseite des Mondes mit Chang'e 5, also benannt nach einer chinesischen Mondgöttin übrigens, diese Mission, hat man jetzt eben eine Landung erst mal, ist geglückt und man hatte dann eine Probe entnommen. Und die ist jetzt gerade auf dem Weg zurück zur Erde. Zu den Strukturen, also um da mehr, ja, man sagt dann nicht eigentlich Geologie, sondern es ist die entsprechende Mondforschung, die man hier durchführt. Warum sind jetzt eigentlich diese beiden Seiten so unterschiedlich? Also der Grund ist, dieses typische Mondgesicht, was wir kennen, diesen Meeren, wie man das dann nennt, diese glatten Strukturen auf der Vorderseite, die sehen wir komischerweise auf der Rückseite nicht. Wenn Sie sich das rechte Bild anschauen, sehen wir unheimlich viele Strukturen, viele Krater, wir sehen Berge, wir sehen tiefe Täler. Das ist also deutlich weniger ausgeprägt auf der Mondvorderseite, die wir die ganze Zeit sehen können. Der Grund ist, dass man eben herausgefunden hat durch diese Mondforschung, dass die Kruste eben unterschiedlich dick ist. Das heißt, die uns zugewandte Seite hat eine dünne Kruste, die Rückseite des Mondes hat eine sehr dicke Kruste. Das führte dazu, dass als bei dem sogenannten großen Bombardement, Large Heavy Bombardment, vor vier Milliarden Jahren, ist also schon eine Weile her. Dabei wurde der Mond von allen Seiten bombardiert mit kleinen Asteroiden und Kleinkörpern, was dazu führte, dass dann dort, wo die Kruste eben sehr dünn ist, dass sehr leicht aufgeschmolzen werden konnte, sozusagen getroffen wurde, aufgeschmolzen wurde und dann das Magma vom Inneren, der Mond war dann noch nicht erkaltet, das Magma vom Inneren herausquillen konnte. Und dabei hat es eben diese, ja, dieses Relief, will ich mal sagen, aufgefüllt und deshalb ist es so schön glatt geworden und dann eben erkaltet. Anders auf der Rückseite des Mondes, da haben wir eine viel dickere Kruste. Es war viel schwieriger, an das Magma durch einen Einschlag heranzukommen und deshalb sehen wir hier diese sehr kraterreiche Struktur noch heute mit den vielen ausgeprägten Bergen und Tälern. Die roten Bereiche, die Sie auf der rechten Seite sehen, das sind die höchsten Berge des Mondes. Die können durchaus mit dem Mount Everest auf der Erde mithalten, sind nicht ganz so hoch, aber eben immerhin über acht Kilometer hoch. Und das sind Berge, die sich also hier ausgebildet haben und die mit Sicherheit auch wert sind, genauer untersucht zu werden. Wir können also gespannt sein, wenn dann hier die Chang'e 5 Mission, Chang'e Sir, wird das übrigens ausgesprochen, chinesisch korrekt, also bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht ganz korrekt ist. Diese Mission hat also jetzt gerade eine Probe entnommen, die auf dem Weg zurück ist und wird am 16. oder 17. Dezember auf der Erde ankommen, soll in der inneren Mongolei landen, diese Kapsel. Und dann hoffen wir mal, dass das gut geht und dass wir dann nach eben über mehr als 40 Jahren mal wieder eine Gesteinsprobe von dem Mond uns anschauen können. Die Chinesen, wenn das alles klappt, werden dann die dritte Nationen sein, die Gesteinsproben vom Mond erfolgreich zur Erde gebracht haben, nach den USA, der Sowjetunion und eben jetzt China, die dritte Nation, die das schaffen wird. Wenn Sie Fragen haben übrigens, nutzen Sie den Chatbereich, den wir hier haben. Sie können Ihre Fragen da reinschreiben, Sie können kommentieren und ich werde am Schluss des Vortrags dann gerne nochmal auf Ihre Fragen und Anregungen eingehen. Vielleicht finden Sie auch ein paar Fehler, kann auch passieren, können Sie gerne dann uns mitteilen. Hier übrigens noch ein Bild, was ich mitgebracht habe. Also es sollen etwa zwei Kilogramm Mondgestein mit Chang'e 5 mitgebracht werden. Das ist also ein ganz, ganz, ganz aktuelles Bild vom Mond. Jetzt gerade wenige Tage alt, am 1.12. aufgenommen, als hier der Länder die Mondoberfläche erreicht hat. Wir sehen da gerade den Fuß von dem Länder und das ist also eine ganz tolle Geschichte, dass es den Chinesen gelungen ist. Sie wollen tolle Bilder? Sie kriegen tolle Bilder, denn ich habe hier wieder eine wunderschöne Aufnahme von der ESO, von Chadenek Badon, der hier in La Silla, das ist in Chile, ein Observatorium, das die europäische Südsternwarte ESO betreibt, wo Sie auch hier Kuppeln sehen im Vordergrund. Da ist ihm also eine wunderschöne Aufnahme gelungen. Wir sehen nämlich hier auch wieder die Milchstraße im Hintergrund und wenn Sie links hinschauen auf dem Bild, in dem rötlichen Bereich etwas darüber gibt es zwei helle Quellen. Das waren Jupiter und Saturn. Ich nehme mal an die hellere Quelle, die oben zu sehen ist, müsste die Venus sein. Die ist nämlich heller als der Jupiter und der Jupiter müsste darunter sein. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man einfach als Amateur oder auch Profiastronomen solche tollen Aufnahmen machen kann. Den Jupiter habe ich Ihnen auch hier mitgebracht auf der nächsten Abbildung und zwar das eine, vielleicht ein Bild, was Sie kennen mögen, auf der linken Seite der Jupiter im optischen Bereich. Das ist ja der größte Planet im Sonnensystem. Etwas weiter draußen, die Reihenfolge. Sie kennen ja den Merksatz Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und der Pluto ist ja jetzt Zwergplanet seit 2006 oder 2004. Also da können Sie noch mal nachschlagen. Der gehört nicht mehr sozusagen offiziell dazu, weil der Pluto kleiner ist als unser Erdmond zum Beispiel und auch nicht seine Umgebung freiräumen kann, wie das die anderen großen stattlichen Planeten hinkriegen. Insofern zählt er also nicht mehr dazu. Und der Jupiter ist eben wirklich fast eigentlich eine Sonne geworden, war kurz davor. Also würde er 80-fach schwerer sein, dann wäre er massereich genug, um im Zentrum eine Zündtemperatur zu erreichen, damit Wasserstoff fusionieren kann. Tatsächlich bestehen auch diese Gasplaneten Jupiter, Saturn und auch die anderen großen Gasplaneten am wesentlichen aus Wasserstoff. Das ist also dasselbe Gas wie bei der Sonne, aber es hat eben der Zündfunken nicht losgehen können, weil er einfach nicht massereich genug ist. Wir sehen hier eine sehr interessante Struktur. Vielleicht bleiben wir erst mal bei dem linken Bild. Die Rotationsperiode von dem Jupiter ist ja sehr, sehr kurz im Vergleich zur Erde. Die Erde 24 Stunden, Jupiter 10 Stunden. Und diese Kugel ist ja deutlich größer als die Erde. Wenn Sie mal den großen roten Fleck, diese Wirbelsturmregion hernehmen, die Sie da auf der linken Seite sehen können, dann passt da zweimal die Erdkugel rein. Also er ist wahnsinnig groß. Wenn Sie es vom Volumen her ausrechnen, könnten Sie circa 1300 Erdkugeln in diese Jupiterkugel reinpacken. Das ist also wirklich ein Gigant. Und trotzdem rotiert er schneller um seine eigene Achse als die Erde. Und durch diese schnelle Rotation bilden sich dann natürlich hier diese bandförmigen Strukturen aus, wo wir sehen, dass das Gas eben hier in einem Wirbelkarussell gedreht wird und dabei eben wunderschön diese Wirbelstrukturen zu sehen sind. Hydrodynamiker haben da ihre helle Freude, wenn Sie dieses Bild sehen. Man sieht da alle möglichen Instabilitäten aus der Hydrodynamik, TK, Helmholtz-Instabilität und so weiter und so fort. Das ist eigentlich diese Brandungswelle, die Sie vielleicht auch vom Meer her kennen. Oder vielleicht haben Sie es einmal bei Wolkenstrukturen beobachtet. Wenn sich also zwei Schichten verschiedener Dichte gegeneinander bewegen, dann kommt es zu solchen Verwirbelungen, die diese typischen Wellenkämme also hervorrufen. Und das sehen wir hier auch in wunderschöner Art und Weise. Der große rote Fleck ist seit mindestens 150 Jahren kontinuierlich zu beobachten. Ist also eine sehr stabile Region, erstaunlicherweise. Juno ist eine neue Raumsonde, die in die Nähe geflogen ist von Jupiter und dabei auf der Südhalbkugel und auch auf dem Nord- und Südpol von Jupiter genauer angeschaut hat. Das ist ja das Problem von unserer Erde aus. Wir sehen immer sozusagen auf die Seite und man muss hinfliegen mit Sonden, mit Raketen, um dann auch mal auf die Unterseite zu schauen. Und da sieht man dann wirklich Tausende von solchen Zyklonen, von solchen Wirbelsturmen unterschiedlicher Größe, die sich da ausgebildet haben. Und das Spannende ist eben jetzt, man kann auch probieren, einfach mal hier ins Infrarot zu gehen und dann mit anderen Wellenlängen auf den Jupiter drauf zu schauen. Diese beiden Bilder, die zu sehen sind, optisch auf der linken Seite, Infrarot auf der rechten Seite, sind fast zur selben Zeit aufgenommen worden. Es lagen, glaube ich, nur wenige Stunden dazwischen. Deshalb können wir direkt auch die beiden Bilder vergleichen. Und wir sehen wunderbar, dass hier der große rote Fleck im Infraroten, man muss es natürlich jetzt in irgendeine Farbskala übersetzen, man nennt das ein Falschfarbenbild, dann kann man eben hier sagen, okay, helle Infrarotstrahlung ist hier gelb, hellleuchtend weiß und gelb dargestellt. Sehr, sehr dunkle Infrarotstrahlung, das ist also immer in einem bestimmten Wellenlängenbereich aufgesammelt worden. Das ist also jenseits des roten Lichtes etwas langwelliger. Schwarz bedeutet also etwas dunkler sozusagen. Jetzt gucken Sie sich zum Beispiel mal den großen roten Fleck an oder gucken Sie sich mal die Bandstrukturen an. Bei den Bandstrukturen stellen Sie fest, was hier so bräunlich im optischen Bereich erscheint, sieht wahnsinnig hell aus im Infraroten. Woran liegt es? Wir schauen offenbar bei den braunen Bereichen tiefer in die Jupiteratmosphäre hinein. Es gibt ja keine feste Oberfläche, das heißt, wir sehen also verschiedene Höhenstufen von diesen Gasen. Die sind nicht alle an der gleichen Höhe, sondern mal schauen wir tiefer in die Jupiteratmosphäre hinein und mal etwas höher. Und das verrät uns eigentlich das Infrarotbild, denn wärmer, also das, was hier so gelb und weiß dargestellt ist im Infraroten auf der rechten Seite, das bedeutet, es muss tiefer liegen, dort, wo es nämlich wärmer ist in der Jupiteratmosphäre. Schauen wir uns den großen roten Fleck hingegen an, dann sieht er sehr dunkler aus. Also offenbar ist der viel höher in der Atmosphäre, deshalb viel kühler und erscheint deshalb im Infraroten auch dunkler. Wenn Sie aber genau hinschauen beim großen roten Fleck, dann finden Sie da Substruktur. Im unteren Bereich sind da so helle Bögen zu sehen und das ist im sichtbaren Bereich eher dunkelrot zu sehen und der Rest vom Fleck ist eher so etwas hellrot. Das bedeutet also, die dunkelroten Bereiche, wenn man das interpretieren möchte, die sind ja wieder heller im Infraroten. Das sind offenbar, also das ist die Interpretation, Wolkenlücken. Wir schauen hier in dem Fleck tiefer in den Flecken hinein, in untere Schichten, die wärmer sind, deshalb heller strahlen im Infraroten und deshalb so als weiße, gelbliche Streifen erscheinen. Also so haben Sie vielleicht den Jupiter noch nicht gesehen. Ich finde es faszinierend und man kann eben hier wunderbar lernen, wie hier diese verschiedenen Wellenlängenbereiche auch zusammenpassen und die interpretieren und daraus als Forscher lernen, wie der Jupiter in seiner Atmosphäre zusammengesetzt ist. Eine große Frage, die übrigens noch nicht geklärt ist, was ist tief im Zentrum von Jupiter? Gibt es da einen metallischen Kern aus Wasserstoff zum Beispiel? Wird der noch fest? Ist das flüssig? Ist das so eine Art Plastilineform? Also das ist zum Beispiel unklar, weil da auch noch nie eine Sonde da mal hinfliegen konnte, um nachzuschauen, denn die Schwierigkeit ist ja, es wird immer dichter, wenn sie da reinfliegen und irgendwann würde auch da ein Funkkontakt zu einer Sonde abreißen. Das heißt, das wird eine schwierige Kiste, da mal nachschauen zu wollen, aber mal gucken, wie man das vielleicht anstellt. Ob man Neutrinos oder Gravitationswellen nutzen kann, im Prinzip kommen die da natürlich durch, aber das dürfte sehr, sehr schwierig sein, das auf die Art und Weise nirgender Form hinzubekommen. Hier wieder ein vertrautes Bild von Jupiter und Saturn. Warum zeige ich Ihnen das? Also erst mal wurde das Bild aufgenommen. Es ist eine Montage, wie man fairerweise sagen muss. Das heißt, es wurde erst der Saturn aufgenommen, dann der Jupiter und beide wurden hier zusammengeklebt zu einem Bild. Es wurde mit dem New Technology Telescope von der ESO aufgenommen. Sie hatten gerade eben auf dem anderen Bild LACIA, das Observatorium in Chile gesehen, mit den vielen schönen Hügeln und den Teleskopen dort. Dort befindet sich auch das New Technology Telescope, das NTT. Das ist ein 3,6 Meter Spiegel. Das ist relativ moderat, muss man sagen, von der Größe, aber man muss berücksichtigen. Es wurde schon im Wiedervereinigungsjahr 1989 in Betrieb genommen. Und deshalb ist es einfach, es war damals sozusagen eines der besten und auch großen Teleskope. Es gab schon größere damals, aber es war vor allem technisch sehr weit entwickelt, weil man wollte mit dem New Technology Telescope, ich zeige es Ihnen am besten einfach mal, das ist nämlich das nächste Bild. Hier haben wir ein echtes Foto davon. Das ist also ein Teleskop mit 3,6 Metern Spiegeldurchmesser. Mittlerweile gibt es natürlich das Very Large Telescope auf dem Paranal, auch in Chile. Das ist sozusagen ein Nachbarberg, wo sich dann dieses Observatorium befindet. Da haben wir Spiegel der 8-Meter-Klasse. Und noch größer sind natürlich die 10-Meter-Spiegel von den Keck-Teleskopen auf Hawaii. Wird von der Universität Hawaii betrieben. Und dann haben wir noch das Gran Tecan auf der Insel La Palma, was sogar noch ein bisschen größer ist. Da reden wir, glaube ich, von 10,5 Metern oder sowas, Spiegeldurchmesser. Das sind also die größten optischen Einzel-Teleskope, die auch im Nahen verroten, also etwas jenseits der roten Wellenlängen, beobachten können. Warum will man eigentlich so große Teleskope bauen? Nun, das Auflösungsvermögen steigt einfach mit dem Spiegeldurchmesser. Das gilt übrigens auch für die Radioschüsseln, die wir uns angeguckt haben. Arecibo und Fast sind der riesengroße Schüssel. 300 Meter, 500 Meter Durchmesser. Da gilt genau dasselbe Prinzip. Je größer der Durchmesser der Optik, der Objektivdurchmesser sozusagen, umso feinere Strukturen kann man eben dann von den Quellen sehen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel das ambitionierte Ziel haben, winzige Strukturen von der Erde aus zu sehen, die aber auf dem Mond lokalisiert sind, dann sollte man eben ein sehr, sehr großes Teleskop bauen. Das gilt natürlich für alles andere, was wir da draußen haben, auch. Es ist immer ein Kompromiss, den man eingehen muss, weil Sie können sich ja vorstellen, wenn man so wahnsinnig feine Strukturen sehen kann und stark vergrößert, wird das Bild auch immer dunkler. Das kennt man ja vielleicht auch von hauseigenen Instrumenten, Ferngläsern oder sowas, die Sie benutzen können. Also man hat immer einen Preis zu bezahlen. In dem Fall heißt starke Vergrößerung, kleines Gesichtsfeld und man sieht also wenig um die Quelle drumherum. Aber das ist natürlich wahnsinnig spannend, dann sich diese Bilder sich genauer anzuschauen. Warum hatte ich Ihnen diese beiden hier gezeigt? Nun, die kommen sich zurzeit tatsächlich sehr nah am Himmel. Und zwar ist ja der Jupiter ein äußerer Planet, der braucht zwölf Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Der Saturn ist noch weiter draußen, der braucht 30 Jahre für einen Umlauf. Und es passiert etwa alle 20 Jahre, dass die beiden scheinbar sich sehr, sehr nah am Himmel kommen. Natürlich haben wir da keine Tiefeninformationen, da muss man irgendwie die Entfernung bestimmen. Das heißt, in Wirklichkeit sind sie natürlich in der Tiefe weit voneinander entfernt, aber sie kommen sich scheinbar am Himmel eben sehr nah. Und diesen Termin, bitte aufschreiben, haben wir jetzt am 21. Dezember 2020. Da werden sich nämlich die beiden auf nur sechs Bogenminuten nahe kommen. Sechs Bogenminuten ist das viel, ist das wenig. Vergleichen Sie es mal mit dem Vollmond. Der Vollmond hat ein halbes Grad Durchmesser. Ein Grad entspricht 60 Bogenminuten. Ein halbes Grad sind also 30 Bogenminuten. Ein Fünftel davon ist das, wie nah sich diese beiden Planeten kommen werden. Und das habe ich Ihnen hier dargestellt. Also wir nutzen auch, um solche Himmelsereignisse dann sich genauer anzuschauen. Die App Stellarium gibt es auch für das Handy, gibt es auch als Software, können sich herunterladen im Internet. Das ist also wunderbar. Sie können da ein beliebiges Datum einstellen, haben eine Suchfunktion, können eingeben, Suche nach Jupiter, Suche nach dem Stern Sirius und was auch immer. Und dann finden Sie dieses Objekt am Himmel, können da reinzoomen und können sich anschauen, wie der aktuelle Himmel eben gerade was zu sehen sein müsste. Welche Sternbilder wo sind, wo ist der große Wagen, wo ist Cassiopeia, das Himmelsweh und so weiter, können Sie alles dann da herausfinden. Und ich habe hier mal eingegeben, den 21. Dezember sehen Sie rechts unten 2020, 17 Uhr, können Sie sich also schon mal notieren, etwa die Abendstunden. Da stehen die also so nah beieinander, dass Sie hier auf dem Bild die noch nicht mal voneinander trennen können. Also die Labels hier auch von den Namen überlappen sich direkt. Ich habe deshalb noch mal raus vergrößert, habe einen Zoom gemacht und dann sehen Sie also, der Jupiter steht etwa sechs Bogenminuten südlich, also unterhalb von dem Saturn. Wir sehen wunderbar auf dem Bild auch den Ring, mehrere Ringe eben, das Ringsystem von dem Saturn und wir sehen auch die hellen galiläischen Monde auf dem unteren Bild Europa, Io, Ganymed und Callisto. Die können Sie übrigens auch mit einem Fernglas anschauen. Also wenn Sie noch nie sowas gesehen haben, die Ringe der Saturn oder auch die Jupiter-Monde, die hellsten Jupiter-Monde, schauen Sie mal mit einem Fernglas hin. Also die Jupiter-Monde kriegen Sie so schon hin. Die Bandstrukturen von dem Saturn, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, da brauchen Sie ein bisschen größeres Teleskop, sowas wie 10, 20 Zentimeter Öffnung und auch bei den Ringen des Saturns ist es ähnlich. Aber wenn Sie das mal zum ersten Mal mit bloßem Auge gesehen haben, also kriegen Sie wirklich Pipi in den Augen, denn es ist toll anzusehen. Gerade beim Saturn ist es einfach eines der Lieblingsobjekte und wenn man sich dann noch überlegt, das Licht war ja eine Stunde unterwegs, um von dem Saturn, dieser fernen Gaskugel, zur Erde sich auszubreiten, eine Stunde, wir gucken eine Lichtstunde in die Vergangenheit dann schon, dann ist das wirklich faszinierend. Also ich hoffe, Sie haben sich den Termin notiert. Ich habe Ihnen auch hier das Heft, was, ja, wo das Dezemberheft von Stern im Weltraum, wo das auch dieser Beobachtungstipp etwas genauer drinsteht, können Sie gerne mal reinschauen. Ansonsten, ich habe zufällig auch das Januarheft dabei von Stern im Weltraum, das kommt diese Woche in den Handel und da haben wir einen Astroplaner drin, der ist wirklich nur immer im Januarheft zu sehen. Da finden Sie dann die aktuellen Himmelsereignisse in einem Jahreskalender für das nächste Jahr. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wann eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis stattfindet oder solche engen Planetenbegegnungen, dann sind die in diesem Astronomie-Terminkalender notiert, können Sie also gerne dann mal reinschauen. Was habe ich noch für Sie mitgebracht? Wir haben den Asteroid Bennu, ein kleiner Körper von etwa 500 Metern Durchmesser, der ungefähr auf dem Niveau der Erdbahn auch seine Runden dreht und um die Sonne kreist. Er wird uns dabei aber nicht gefährlich, also dass er zum Beispiel mit der Erde zusammenstößt. Die Entfernung variiert zwischen 0,9 und 1,4 astronomischen Einheiten. Die astronomische Einheit ist ja die mittlere Entfernung von der Erde zur Sonne 150 Millionen Kilometer oder für die Klugscheißer der Begriff 8 Lichtminuten, denn das Licht von der Sonne braucht 8 Minuten, um zu uns zu kommen. Das ist also eine Entfernungseinheit. Die Lichtminuten können Sie genauso benutzen. Dieser kleine Körper ist so klein, da können Sie nicht einfach zum Beispiel, wenn Sie da landen würden als Astronaut, da kann man nicht einfach so rumlaufen, wie das in Filmen dargestellt wird, wo dann zum Beispiel Killer-Asteroiden bekämpft werden. Die laufen da so ganz normal auf diesen Körpern herum. Das geht gar nicht, weil die haben natürlich durch die geringe Masse eine sehr geringe schwere Beschleunigung. Das heißt, diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, die Sie kennen von der Erde, die schwere Beschleunigung der Erde, die wird hier deutlich untertroffen. Da reden wir von dem zehntausendsten Teil oder so was, bei solchen oder noch weniger, bei diesen kleinen Körpern. Das heißt, die werden auch nur durch die eigene Schwerkraft sehr, sehr locker zusammengehalten. Und das Interessante, was dann da passieren kann, ist, man weiß nicht so genau die physikalische Ursache, aber Sie sehen hier jetzt bei diesem großen Bild, dass Bennu offenbar kleine Steine in den Raum verliert. Da fliegen so kleine Bröckchen durch die Gegend. Und man weiß nicht so genau, es hängt wohl damit zusammen, das Foto wurde aufgenommen, jetzt muss ich nochmal schauen, das habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben, 2019 auf jeden Fall, als der Bennu gerade in Sonnennähe war. Das heißt, er hat besonders intensiv die Strahlung der Sonne abbekommen, wurde dabei stark erwärmt. Und dabei, entweder war es so, dass sich das Gestein natürlich dann verformt oder verspannt durch die mechanischen Spannungen durch die Erwärmung und dann platzt. Das könnte eine Möglichkeit sein. Es könnte aber auch sein, dass Wasser, was auch auf diesen Körpern existiert, wo man ja sich auch überlegt, das Wasser könnte so auf die Erde gekommen sein durch Bombardement, einer würde im Prinzip schon reichen. Also einer hat genug Wasserreservoir dabei, um das gesamte Wasser auf die Erde dann zu erklären. Also einer, ein Treffer reicht. Die haben also Wasser. Und wenn das Wasser hier durch die Erwärmung durch die Sonne verdunstet, beziehungsweise sublimiert, also direkt in die Gasphase übergeht, kann es passieren, dass dabei eben hier die Oberfläche abgesprengt wird. Das wäre also die zweite Erklärungsmöglichkeit. Man weiß es noch nicht so genau. Das fliegt einfach dann durch die Gegend. Es kann sein, dass sich Minimonde bilden, das hat man, oder Mikromonde, die man da auch beobachtet hat, die irgendwann vielleicht dann wieder weiterfliegen, sich entfernen, weil sie nicht festgehalten werden können. Also das ist eine unheimlich spannende Astronomie, Astronomie der Kleinkörper, wie man sagen könnte. Und da wollte ich mal eine Stange brechen für diese Kleinkörper. Da haben wir einige hunderttausend im Sonnensystem. Sie werden sträflich vernachlässigt, aber vielleicht waren die gar nicht so unschuldig daran, dass es Leben auf der Erde gibt und Wasser auf der Erde gibt. Insofern spannende Objekte. Und da ist eine Reise dahin natürlich auf jeden Fall wert. Man hat es auch getan. Mit der Raumsonde Osiris-Rex ist man zu dem Asteroiden Bennu geflogen und hat eine Probe entnommen. Das war Mitte des Jahres 2020. Jetzt kommt gerade diese Probe wieder zurückgeflogen und wird vermutlich im Jahr 2023 auf der Erde ankommen. Also Sie merken, es gibt da eine ganze Menge Proben, die mittlerweile von Körpern da draußen entnommen werden. Nicht nur vom Mond, auch von Bennu. Und man könnte auch noch Jugu dazu nehmen. R-Y-U-G-U geschrieben. Ich glaube, Jugu ausgesprochen ein Kleinkörper, der ein bisschen größer ist als Bennu, der auch jetzt gerade eine Probenentnahme hinter sich hat und wo Mitte Dezember dann die Probe ankommen soll. Entschuldigung, oder schon angekommen ist. Moment. Ich verwechsel das nämlich gerade mit Hayabusa 2. Genau, die Probe ist schon angekommen. Jetzt im Dezember und wird jetzt eben analysiert. Das war der Punkt. Also Sie merken, da gibt es so viele Probenentnahmen und Rückkehrkapsel. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Kommen wir zu den weiter entfernten Körpern. Sind Sie eigentlich noch da? Ich hoffe, dass Sie nicht weggeschaltet haben. Jetzt kommen nämlich die wirklich tollen Bilder hier. Ich habe den Ringnebel mitgebracht. Den Ringnebel in der Leier. Das ist ein beliebtes Amateurobjekt, um es zu fotografieren. Der Nebel ist nämlich relativ groß. Vor etwa 20.000 Jahren hat nämlich der Zentralstern, den wir auch hier sehen, beziehungsweise das Überbleibsel davon. Dieser Stern hat seine Hülle nach außen verloren. Und wir haben hier so eine Art Preview, was auch mit unserer Sonne geschehen wird. Sonnenartige Sterne explodieren nicht in einer Sternexplosion der sogenannten Supernova. Sie dehnen sich aus, haben diese rote Riesenphase und verlieren dann, weil auch hier wieder die Schwerkraft zu schwach ist. Sie sehen dann eben viel weniger, sie können viel weniger dann diese äußeren Hüllen festhalten. Und deshalb, ja, verlieren sich diese Hüllen im All. Und das genau sehen wir hier bei dem Ringnebel. Dieses violett, bläulich und orange und gelb und grün leuchtende sind die ehemaligen Hüllen des Sterns, die sich also hier verflüchtigt haben, weil sie kaum festgehalten werden konnten. Aber im Zentrum des Nebels sitzt eine sehr, sehr heiße Quelle, nämlich der ehemalige Sternkern. Das wird also auch bei der Sonne passieren. Das Innere stürzt zusammen zu einem Objekt, was man einen weißen Zwerg nennt. Größer etwa wie die Erde, aber wahnsinnig dicht. Fast die gesamte Sonnenmasse steckt dann auch drin. Und dieser Körper wird sehr heiß werden. 70.000 Kelvin ist die Temperatur von dem weißen Zwerg, der hier in dem Ringnebel sitzt. Und wenn ein Körper so heiß ist, gibt es natürlich eine sehr intensive und energiereiche Strahlung, eine Wärmestrahlung, die im Ultraviolettbereich zu finden ist, also vor allem im blauen Bereich. Und die hat so viel Energie, dass sie diese Hüllen ionisieren kann und dann diese Ionen leuchten. Also diese tollen Farben kommen daher, dass wir hier Wasserstoff, Stickstoff und andere chemische Elemente ionisiert vorliegen haben und dann bestimmte Emissionslinien abgegeben werden, die sie tollen, kontrastreichen Farben liefern. Das sind so, würde ich sagen, die schönsten Objekte, die man sich anschauen kann. Und zwar ist dieser Ringnebel 2300 Lichtjahre entfernt, befindet sich im Sternbild Leier. Die Ausdehnung, also jetzt drehen wir wieder von Bogenminuten, das sind nur zwei Bogenminuten. Sie erinnern sich, die Vollmondbreite, der Durchmesser des Mondes sind 30 Bogenminuten. Dieser Ringnebel, der Ring hat etwa zwei Bogenminuten Durchmesser am Himmel. Und wenn man die Entfernung weiß, kann man aus dieser Winkelangabe auch die echte Größe, sozusagen einen Kilometer von diesem Nebel ausrechnen. Und da reden wir aber gleich von 1,3 Lichtjahre Radius von diesem Ring. Also Durchmesser fast drei Lichtjahre. Das ist also schon ein ziemlich großes Teil, wenn man da mal hinfliegen würde. Es ist also deutlich größer als das Sonnensystem. Ich habe Ihnen weitere Nebel mitgebracht, das sogenannte kosmische Riff. Das wurde veröffentlicht anlässlich des Jubiläums des Weltraumteleskops Hubble, das ja im Jahr 1990 gestartet wurde. In diesem Jahr feierten wir im Frühjahr, im April 30-jähriges Jubiläum. Und wir haben deshalb auch hier natürlich ein schönes Jubiläumsbild von Hubble bekommen. Das sehen wir hier, also farbenprächtig. Wieder so ein Nebel, eine nebelartige Struktur. Sie sehen viele kleine bläuliche Pünktchen. Das sind viele junge, sehr massereiche Sterne, die also auch eine sehr energiereiche Strahlung haben. Jetzt ist also kein weißer Zwerg, kein Sternüberbleibsel von einem sonnenartigen Stern, sondern es sind frisch geborene, junge, quietschfidele Sterne, die vor allem im Spektralbereich von O- und B-Sternen zu finden sind. Sehr heiß sind, sehr blau leuchten. Das sind diese blauen Pünktchen, die Sie da in der Bildmitte haben. Und die ionisieren jetzt also im Prinzip das Gas, aus dem sie entstanden sind. Und das leuchtet dann eben diesen Farben, die wir hier sehen, rot, grün und blau. Auch hier wieder wird durch diese Strahlung das Material ionisiert. Es gibt typische Emissionslinien, die wir in der Astronomie dann da kennen, von Sauerstoff, von Stickstoff, von Wasserstoff. Und der Wasserstoff und Stickstoff sind eben rot. Und der Sauerstoff sind hier blau und grün dann zu sehen. Das Objekt ist allerdings sehr weit entfernt. Es befindet sich außerhalb unserer Milchstraße. Es ist ein extragalaktisches Objekt. Es sitzt in der großen Magellanischen Wolke, etwa 163.000 Lichtjahre entfernt. Das ist also eine, es wird eine Wolke genannt. Das ist aber eine eigenständige Galaxie, die eine irreguläre Form hat. Und die können wir am Südhimmel auch sehr gut am Himmel beobachten, die große und die kleine Magellanische Wolke. Die große ist uns etwas näher. Und Sie sehen mal hier auch bei diesem Beispiel, man kann sogar in andere Galaxien hineinschauen und die Auflösung von einem Hubble-Teleskop, was ja da im Weltraum kreist, um die Erde kreist, naja, Weltraum, wie man es nimmt. Es sind 400 Kilometer Höhe. Dieses Objekt kreist also um die Erde und macht dann ganz tolle Bilder und kann sogar eben hier noch Details in anderen Galaxien auflösen. Fantastisch, was man da sieht. Was ist dieser komische blaue Ring links unten im Bild? Ich habe übrigens auch eine Skala hier reingemalt, damit Sie dann hier mal abschätzen können, wie groß ist eigentlich diese ganze Struktur. Da passen also viele, viele Sonnensysteme hinein. Es sind ja auch viele Sterne im Feld zu sehen. Es sind 50 Lichtjahre, diese winzige Skala da unten. Das heißt, dieser Blob, der da zu sehen ist links unten, hat mehr als 50 Lichtjahre Durchmesser. Und da reden wir übrigens von einem sehr massereichen Stern, der sowas wie 20 bis 30 Sonnenmassen hat. Ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern, benannt nach zwei französischen Astronomen, die ihn beobachtet haben. Diesen Prototypen von Wolf-Rayet-Stern. Und es gibt viele davon in der Milchstraße, sind also sehr massereich und geben eben auch Strahlung besonders im ultravioletten Bereich ab. Sie sind aber auch sehr aktiv. Es gibt Ausbrüche und dieses Material wird dann ausgeworfen und wir sehen dann das ausgeworfene Material in diesem blauen Ring, was dann wiederum angestrahlt wird von der intensiven Strahlung des Wolf-Rayet-Sterns. Also wunderschön anzusehen. Also wenn man kein Astronom ist oder kein Naturwissenschaftler wird man sagen, sieht toll aus, schaue ich gerne drauf, hat so einen künstlerischen Aspekt, sieht aus wie gemalt. Aber es sind eben wunderbare Strukturen, die hier die Natur selber schufen, nämlich unser Universum. Aber es ist auch sehr vergänglich, diese planetarischen Nebel, wie man die nennt. Also das hat eigentlich nichts mit dem Planeten zu tun. Der Name ist historisch bedingt, weil sie durch diese Ausdehnung, diese blauen Ringe und rote Strukturen oder auch der Ringnebel, sieht auf den ersten Blick mit einem schlechten Teleskop aus wie eine Planetenscheibe. Deshalb hat man sie planetarer Nebel historisch genannt, bis man dann später herausgefunden hat, im Moment mal, das sind ja viel größere Strukturen, das sind ja eigentlich verteilte Wolken von dem interstellaren Material, was zum Leuchten angeregt wird durch entweder gestorbene Sterne oder auch durch junge Sterne. Und diese Strukturen, die planetarischen Nebel, sind eigentlich sehr vergänglich. Also wenn Sie da mal auf das nächste Bild schauen, was wahnsinnig aktuell ist, das ist der sogenannte Stingray Nebula, der Stachelrochennebel auf Deutsch genannt. Da haben Sie jetzt eine absolute Premiere. Tada, Tusch! Denn Sie sehen hier, wenn Sie links und rechts vergleichen, Moment mal, der planetarische Nebel verändert sich. Und zwar sogar auf Zeitskalen, die wir auf der Erde überschauen können in wenigen Jahrzehnten. Das linke Bild wird 1996 aufgenommen und das rechte Bild 2016. Und was ist da passiert? In der Zwischenzeit hat sich der Stern, der Zentralstern, wir hatten ja jetzt gesagt, diese Sterne sind normalerweise sehr heiß und durch ihre blaue und UV-Strahlung lassen die dann die Umgebung so hell leuchten. Der kühlte sich in dieser Zeit eben merklich ab, sehr deutlich ab, um den Faktor 2 oder 3 oder sowas. Und wir haben übrigens da auch eine Expertin in Deutschland sitzen, Nicole Reindl. Schönen Gruß nach Potsdam. Sie hat nämlich dieses Objekt mit Kollegen zusammen untersucht. Also es gibt Astronomen, sie sind wenig, aber Mädels, geht Gas. Ihr könnt euch solche Objekte wie denen hier angucken. Der übrigens den Namen hat, HEN 31357 und sich in einer Entfernung befindet, habe ich das aufgeschrieben? Nein. Ein paar Lichtjahre. Ein paar hundert Lichtjahre würde ich aus dem Bauch ausschätzen. Und dieser planetarische Nebel verändert sich, weil einfach der Zentralstern, die Hitzequelle, nachlässt in der Temperatur. Und deshalb sehen wir auch, wie sich diese gesamte Infrastruktur langsam abbaut und verschwindet. Wahrscheinlich wird es so sein, dass in den nächsten 20, 30 Jahren dieser planetarische Nebel schon komplett verschwunden sein wird, ist die Prognose der Astronomen. Es ist also sehr schockierend eigentlich schon, das anzusehen. Und es ist zum ersten Mal gelungen, wirklich über so eine kurze Zeit auch zu sehen, dass diese planetarischen Nebel merklich ihre Form und Farbe verändern. Jetzt habe ich 50 Minuten geredet. Ich hoffe, Sie sind auch da, denn ich habe noch ein paar tolle Themen für Sie. Wir reden noch über Galaxien, Schwarze Löcher und natürlich über Gravitationswellen. Galaxien kommen jetzt. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne, gigantische Kaulquappe, die wir uns anschauen können. Das ist die Galaxie UGC 10214, die sich in 420 Millionen Lichtjahren Entfernung befindet. Das ist also wirklich JWD, ganz weit draußen, wirklich sehr weit draußen. Da kommen wir schon in kosmologische Distanzen. Und warum sieht jetzt eigentlich diese Galaxie so komisch aus? Wir sehen so eine Spiralstruktur, aber wir sehen auch ja dieses Kaulquappenartige. Es gibt eine Art Kopf und Körper und dann diesen langen Schwanz der Kaulquappe. Wie kann eine Galaxie so eine komische Form annehmen? Der Grund ist, es gab hier einen Störenfried, der eingedrungen ist, nämlich eine Nachbargalaxie, die hier markiert ist. Eine kleine, blaue, kompakte Galaxie, die mit dieser ursprünglichen Spiralgalaxie zusammengestoßen ist. Dabei gibt es dann natürlich Schwerkraftwechselwirkungen zwischen diesen großen Massen. Das sind ja gigantische Sternenmassen und Massen von dunkler Materie hier vertreten. Und das vermischt sich hier, wird durch die Gravitation verbogen. Es gibt auch gezeiten Arme, wie man das nennt, Materiebrücken zwischen den beiden Galaxien. Also wenn man da längere Zeit zugucken könnte, würde man sehen, wie auch irgendwann diese Kaulquappe verschwindet und vielleicht dann aussieht wie ein Frosch oder etwas anderes. Also auf jeden Fall wilde Strukturen, die sich dabei ausbilden. Und das ist eben hier ein, wie ich finde, doch die Fantasie anregendes Bild, was ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Es wird übrigens so sein, dass unsere Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, wir sitzen da drin und können nichts dafür und können auch nicht raus, denn sie ist riesig, wie gesagt, 160.000 Lichtjahre im Durchmesser. Sie wird auch kollidieren in etwa fünf Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie. Das ist das am weitesten entfernte Objekt, was wir am Himmel mit bloßem Auge noch sehen können. Wir können dann 2,5 Millionen Lichtjahre weit schauen und die befindet sich im Sternbild Andromeda, deshalb der Name Andromeda-Galaxie. Aber das ist eine Galaxie, die uns räumlich noch relativ nahe steht. Es sind zwar 2,5 Millionen Lichtjahre, aber die beiden Galaxien, Milchstraße und Andromeda, ziehen sich an, werden sich näher kommen. Und man kann eben über Spektrallinien messen, dass diese Aufeinander-Zubewegung schon jetzt stattfindet. Und das wird sich beschleunigen. Wenn Sie das Thema interessiert, übrigens können Sie auf YouTube, Urknall, Weltall und das Leben, ein Video anschauen. Gucken Sie mal nach Peter Kroll und Andromeda-Galaxie. Der hat es wunderschön erklärt, dieses Szenario. Aber es gibt eben auch Galaxien da draußen, die sehen ganz anders aus. Zum Beispiel hier eher unscheinbar eine sogenannte elliptische Galaxie. Also die hat keine Spiralarme, keine Spiralformen. Sieht eher aus wie so eine kugelförmige Wolke. Die kann exakt kugelförmig sein, die kann aber auch so elongiert auseinandergezogen sein in eine Art Ellipsoid. Und das ist die Galaxie, wir sind jetzt etwas näher gekommen, um den Faktor 10 ungefähr näher. Das ist die Galaxie Messier 87 im Sternbild Jungfrau Virgo, wie das auch hier steht, in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und die hat große Berühmtheit erlangt im Jahr 2019 im April, weil man in dieses Herz der Galaxie genauer hineingeschaut hat. Erstmal bei diesem optischen Bild, was übrigens von dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommen wurde, sehen Sie ein hellleuchtendes Zentrum. Die Helligkeit nimmt nach außen ab, aber Sie sehen auch nach rechts ausgehend eine längliche Struktur. Das gehört tatsächlich auch zur Galaxie dazu. Es ist ein Materiestrahl, ein sogenannter Jet, der aus dem innersten Herzen dieser Galaxie herausgeschossen wird durch die Aktivität eines supermassereichen schwarzen Loches mit sieben Milliarden Sonnenmassen. Das ist also viel schwerer als im Zentrum unserer Milchstraße. Da sitzt ein kleinerer schwarzes Loch mit vier Millionen Sonnenmassen, also Faktor 1000 weniger. Aber es ist auch kein Wunder, denn diese Galaxie hier, Messier 87, ist gigantisch groß. Eine riesengroße elliptische Galaxie mit viel, viel mehr Sternen, viel, viel mehr Materie. Und wir können da jetzt einfach mal versuchen, hineinzuschauen. Jetzt werden Sie feststellen, dass es wirklich sinnvoll ist, große Teleskope zu bauen im Radiobereich und auch die miteinander zusammenzuschalten. Wir sehen hier nämlich einen Zoom-In, sozusagen Radiobilder von dieser Galaxie Messier 87. Auf der linken Seite noch der etwas größere Außenbereich. Da ist auch die Skala angegeben. Es sind einige 10.000 Lichtjahre. Aufgenommen mit einem Array von Radioantennen. Die sehen also ganz unscheinbar aus. Das sind so kleine, normale Radioantennen, die im Feld verteilt aufgestellt wurden. Viele davon in ganz Europa. Und damit kann man solche tollen Bilder produzieren, wenn man die mit einem leistungsstarken Computer auswertet. Das VLA, das Very Large Array, ist diese y-förmige Anordnung. Kennen Sie vielleicht aus dem Film Contact mit Jodie Foster. Da war sie eine Radioastronomin, hat dort wunderschöne Bilder aufgezeichnet. Und das mittlere Bild, was Sie hier sehen, ist sozusagen etwas näher herangesoomt, bei einer etwas anderen Frequenz aufgenommen, wo man eben wirklich die Aktivität auch von diesem Jet sehen kann. Dann wurde mit dem VLA, also einem größeren Verbund von Radioantennen, wurde noch genauer reingeschaut. Man muss also dann tatsächlich mehrere Radioschüsseln auf der Erde zusammenschalten, über große Entfernungen, über Zehntausende von Kilometern zusammenschalten, um dann sie zusammen, wenn Sie also gleichsam auf dieselbe Quelle schauen, kann man dann diese gesammelten Daten sozusagen gemeinschaftlich auswerten. Man spricht von Apertursynthese. Und dabei gelingt es eben noch genauer, in das Zentrum da von M87 hineinzuschauen. Und das wurde rechts dann eben, das war die absolute Krönung, bekannt gegeben im April 2019, wo man eben dann mit einem Array, ich zeige Ihnen mal das entsprechende Bild vergrößert, tief in das Zentrum hineingeschaut hat. Wir sehen hier eine winzige Skala, also der Rest der Galaxie, der drumherum ist, das ist alles weg. Wir gucken wirklich in das Zentrum hinein. Hier steht auch auf der Skala 50 Mikrobogensekunden. Was bedeutet das? Wir hatten die Bogenminute. Die Bogensekunde ist der 60. Teil von einer Bogenminute und die Bogenminute ist der 60. Teil von einem Winkelgrad. Das heißt, wenn Sie ein Grad durch 3600 teilen, 60 mal 60, kriegen Sie eine Bogensekunde heraus. Jetzt steht aber hier als Präfix noch Mikro. Mikro bedeutet 10 hoch minus 6, also ein Millionstel. Das ist also der Millionste Teil von einer Bogensekunde. Wenn Sie damit gar nichts anfangen können, dann bin ich voll auf Ihrer Seite. Aber wir können uns das veranschaulichen. Überlegen Sie sich zum Beispiel einfach, wie ist das, wenn ich den Daumen hier anschaue an meinem ausgestreckten Arm. Dann hat dieser Daumen, der ja ungefähr zwei Zentimeter Durchmesser hat, eine bestimmte Winkelgröße am ausgestreckten Arm, der vielleicht 80 Zentimeter lang ist. Wenn Sie das mal ausrechnen, da brauchen Sie dann einfach nur die trigonometrischen Funktionen benutzen. Für die Ausdehnung, das ist die Gegenkathete und die Ankathete ist entsprechend der Arm. Die Armlänge haben Sie dann den halben Winkel, den Sie da ausrechnen können. Wir brauchen also den Tangens. Sie erinnern sich an die Schule. Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Und dann können Sie so durch den Argus-Tangens an den Winkel herankommen, den Winkelgröße des Daumens ausrechnen. Jetzt können Sie sich fragen, wie weit muss ich den Daumen entfernt halten, dass ich hier diese Skala von 50 Mikrobogensekunden Winkelgröße am Himmel erreiche. Die Antwort ist, Sie müssen den Daumen auf den Mond legen. Das ist sehr weit weg. Entweder brauchen Sie sehr, sehr, sehr lange Arme oder Sie haben einen Kollegen, einen Astronauten, der auf dem Mond dann für Sie spazieren geht und mal kurz mit Handschuh natürlich bewaffnet den Daumen dann spreizt. Da wird der Daumen ein bisschen dicker sein mit dem Handschuh. Aber das können Sie natürlich machen. Und das ist also die Größe, die hier möglich ist. Man hat mit Hilfe eines Verbundes von fünf Standorten, das waren also Radioteleskope an fünf Standorten in Arizona, in Mexiko, in Chile, in Hawaii. Das sind vier, fünf fehl. Moment, eins, zwei, drei. Spanien. Spanien habe ich vergessen. Das sind also große Teleskope, die man hier zusammengeschlossen hat. Es läuft unter dem Namen Event Horizon Telescope Kollaboration. Also Event Horizon ist der Ereignis Horizont. Denn das, was Sie hier sehen, ist offenbar das schwarze Loch von Messie 87. Also dieses sehr, sehr kompakte Zentralobjekt, was eben diesen Jet auch herausschießt. Und was sehen wir da eigentlich? Also der Schatten des Schwarzen Loches muss ja irgendwie da sein. Warum? Schwarze Löcher sind ja so definiert, dass sie Licht verschlucken. Das heißt, wenn wir irgendwann nah genug herangehen an das Loch oder eben solche Superteleskope haben und dann wahnsinnig scharf diesen Bereich in der Nähe des Schwarzen Lochs auflösen können, dann sieht man eben die Schwärze vom Schwarzen Loch selbst, nämlich den Bereich, wo keine Strahlung herauskommt. Und das ist zum ersten Mal gelungen. Dieses Bild ging um die Welt. Es hat ikonhaften Charakter bekommen. Es wurde im Jahr 2019, wie gesagt, im April veröffentlicht. Und wir sehen also hier wirklich das erste Bild von einem Schwarzen Loch. Natürlich möchte diese Kollaboration weitere große Schwarze Löcher aufnehmen. Es ist gar nicht so leicht. Denn das Problem ist, dass diese Quellen natürlich weit entfernt sind. Je weiter sie weg sind, umso kleiner erscheint auch das Schwarze Loch. Oder anderes Problem. Das Schwarze Loch ist zu massearm. Dann ist natürlich dieser Bereich des Ereignishorizonts an sich schon kleiner. Und das nächste Schwarze Loch, was da in Frage kommt, was gut geeignet wäre, was auch ziemlich genau dieselbe scheinbare Größe am Himmel hätte, wäre das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und die Kollegen aus der Radioastronomie haben schon verraten, vermutlich dürfen wir im nächsten Jahr 2021 damit rechnen, dass dieses Bild geschossen werden wird. Also das wird spannend, denn es ist viel schwieriger. Es ist ein kleineres Schwarzes Loch. Es ist uns näher. Die ganze Zeitskala ist da viel variabler. Also gerade dieses Bild, es ist ja ein sehr künstlich generiertes Bild. Sie müssen sich ja vorstellen, da haben fünf Radioteleskope zur selben Zeit in dieselbe Himmelsrichtung geschaut und sehen dann irgendwelche wilden Variationen ja auch. Und das, was da übrigens leuchtet, dieser orangefarbene Ring, ist offenbar Materie, die in das Schwarze Loch hineinstürzt. Also das ist genau das, was man auch erwartet hat. Also vielleicht haben Sie den Film in das Stellar gesehen. Da hat man auch eine wunderschöne Visualisierung, die auch wirklich auf echten Computerrechnungen basiert gesehen, eine rotierende Scheibe um ein schwarzes Loch. Und genau so sieht es eben aus. Und wenn man das mit einem Teleskop etwas verschwommen sozusagen wahrnehmen würde, sieht es genauso aus wie dieses Bild, was Sie hier sehen. Es gibt auch innerhalb des Rings Helligkeitsvariationen. Sie sehen, dass der untere Ring etwas heller ist, der untere Teil des Rings. Oben ist es etwas dunkler. Auch das würde man erwarten aufgrund der Rotation. Je nachdem, wie wir auch von der Neigung her auf diese Fläche des Rings da drauf schauen. Das ist also eine Materiescheibe. Dann wirkt ja der Dopplereffekt. Also wenn das relativ flach zum Beispiel ist, gibt es dann Bereiche, die sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf uns zu bewegen, Doppler-Blau verschoben werden. Sie werden also heller und sie werden von der Wellenlänge her etwas blauer. Die Wellenlänge wird zusammengeschoben. Und andere Bereiche des Rings, die bewegen sich von uns weg. Die werden dann also von der Wellenlänge her auseinandergezogen, also etwas röter. Und die Strahlung wird deshalb etwas dunkler. Das ist also genau das, was wir von der Dopplerverschiebung her durch die Rotation dieses Materials erwarten würden. Alles natürlich komplett relativistisch gerechnet, also mit Hilfe von Einsteinstheorie. Denn hier erreichen wir wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten von dem Material, was sich da um das Zentrum dieses schwarzen Lochs bewegt. Also das sind, Sie merken schon, ich komme außer Atem, denn die schwarzen Löcher, da echofiere ich mich schon ganz gerne mal, denn es ist mein Lieblingsobjekt. Und in dem Bereich wurde ich auch ausgebildet. Habe auch genau solche Bilder übrigens in der Diplomarbeit vor 20 Jahren berechnet und freue mich jetzt natürlich wie Bolle, dass das auch tatsächlich so beobachtet wird. War aber leider nicht der erste, das haben schon andere vor mir berechnet, deshalb bin ich auch nicht so berühmt geworden. Kommen wir nun zum letzten Thema, Gravitationswellen. Sie merken, jetzt ist genau eine Stunde rum, der Müller-Rederin redet und jetzt echauffiert er sich gleich noch mehr, denn es geht um schwarze Löcher. Ganz wichtig ist nämlich bei all dieser Astronomie und den schönen Bildern, die Sie da sehen am Himmel, natürlich auch die Simulation, die Theorie. Und ich bin auch vom Haus aus Theoretiker und freue mich dann natürlich besonders, Bilder wie das nächste hier zu sehen. Denn es sind künstlich generierte Bilder, Bilder, die auf extrem komplizierten Berechnungen beruhen. Was sehen wir hier? Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie im Zentrum des Bildes zwei schwarze Kugeln. Das sind also zwei schwarze Löcher. Auch hier wieder durch den Ereignishorizont natürlich gilt, irgendwann kommt da nichts mehr raus. Selbst diese Gravitationswellen würden übrigens auch nicht rauskommen. Also nicht nur Licht wird verschluckt, auch Gravitationswellen werden verschluckt. Wenn die sich aber umkreisen, wenn Massen beschleunigt werden, dann bilden sich Gravitationswellen. Das sind Wellenformen, die etwas völlig anderes sind als elektromagnetische Wellen. Wellen, die vor 100 Jahren, vor gut 100 Jahren, im Jahr 1915 nämlich von Albert Einstein himself persönlich vorhergesagt wurden. Und diese Gravitationswellen sollten also im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie existieren, immer dann, wenn Massen beschleunigt werden, allerdings in einer nicht kugelsymmetrischen Konfiguration beschleunigt werden. Also zum Beispiel, wenn zwei Massen umeinander kreisen. Auch wenn die Erde um die Sonne kreist, werden diese Gravitationswellen erzeugt. Allerdings, weil die Massen sehr gering sind und der Abstand relativ groß ist, sehr, sehr geringe Gravitationswellen. Zum ersten Mal wurden diese Gravitationswellen ja direkt gemessen im Jahr 2015. Das war im September 2015, wo dieser Nachweis geglückt ist. Die Öffentlichkeit hat aber erst im Februar 2016 davon erfahren, weil die wollten sich natürlich in der Forschung ganz, ganz sicher sein, dass es wirklich auch funktioniert hat. Es sind diese L-förmigen Anordnungen, wo man Laserstrahlen hin und her schickt. Und diese Laserinterferometer werden, wenn eine Gravitationswelle sie trifft, gedehnt und gestaucht. Und das ist im Prinzip das Nachweisprinzip bei diesen Detektoren, wo ja die Strahlen in diesen Armen, wie man das nennt, zur Interferenz, zur Überlagerung gebracht werden. Und wenn eine Gravitationswelle drauf trifft, dann verändert sie die Interferenzbedingungen dieser Laserlichtwellen da drin. Und dann kommt es eben zum Nachweis dieser Gravitationswelle. Man kann sogar die Richtung am Himmel bestimmen. Derzeit sind fünf Gravitationswellen, Gravitationswelle-Detektoren aktiv. Zwei in den USA namens LIGO, das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Dann haben wir in Deutschland, GO600 in der Nähe von Hannover. GO600, da steckt die Armlänge drin, 600 Meter Armlänge. Auch hier ein L-förmiger Detektor, der da mitten im Feld lokalisiert ist. Weiterhin haben wir einen größeren Detektor, ähnlich groß wie LIGO in den USA. Da reden wir von vier Kilometern Armlänge. Und ähnliche Länge hat Virgo in der Nähe von Pisa, in Italien also. Und im Jahr 2020 in Betrieb gegangen ist das Interferometer, was unterirdisch lokalisiert ist in Japan. Heißt KAGRA. Das heißt, wir haben jetzt fünf Detektoren, die aktiv sind. Und natürlich werden schon Pläne geschmiedet, da weitere und bessere Detektoren zu bauen. Sogar Detektoren wie LISA, ein Laser Interferometer, was im Weltraum stationiert werden soll. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit, bis das fliegen wird. Wahrscheinlich im Jahr 2034. Warum zeige ich Ihnen dieses Bild? Also erst mal möchte ich Ihnen damit klarmachen, die Theorie ist sehr wichtig, weil wenn man nach irgendwas da draußen Ausschau halten will, muss man wissen, nach was eigentlich. Und die Theoretiker sagen eben, okay, so sieht also diese Gravitationswellenform aus. Sie hat die und die Stärke, die Amplitude der Welle, kann vorausberechnet werden. Und natürlich auch die Richtung, wo diese Wellen abgestrahlt werden. Und ich weiß gar nicht, was da... Das ist irgendeine sehr komplizierte mathematische Größe, die hier in Farbe visualisiert wurde. Das ist irgendein Krummoskalar, nehme ich mal an. Das müsste ich nochmal nachschlagen. Da gibt es also verschiedene Arten und Weisen, was man da machen kann. Stellen Sie sich einfach sowas darunter vor wie eine Wellenamplitude. Das heißt, die Welle wird stärker in dem Bereich, wo es hier rot und grün ist. Und die Amplitude, der Ausschlag der Welle ist geringer, wo es blau und lila ist. Sie sehen aber, dass offenbar diese Wellenemissionen, weil ja diese beiden schwarzen Löcher sich bewegen, umeinander kreisen, dass diese Wellenemission nicht isotrop ist, also nicht gleichförmig in alle Richtungen. Sie sehen hier nämlich auf dem Bild, je nachdem, wo sie da rausgehen aus dem System, stärkere Wellen in der Richtung oder schwächere Wellen in der anderen Richtung. Die Wellen würden verschluckt werden vom schwarzen Loch. Das passiert natürlich von einem der schwarzen Löcher. Aber sie entstehen auch eben zwischen diesen beiden kompakten Massen und werden durch dieses Durchwalken der Raumzeit dann eben erzeugt. Also Gravitationswellen sind nichts anderes als Störungen in der Raumzeit. Das heißt, wenn wir von so einer Gravitationswelle getroffen werden, wenn man das irgendwie verstärkt darstellen würde, würde man sehen, wieso sozusagen die Gesichtszüge entgleisen, weil einfach das Raumzeitgefüge sich verändert durch die Gravitationswellen. Es ist aber zum Glück, deshalb entgleisen nicht die Gesichtszüge. Es ist eine sehr schwache Form. Es sind nur Bruchteile, ein Zehntausendstel von einem Proton, was da die Ausdehnung ist von diesen typischen Wellen, die jetzt auch gemessen wurden. Das ist also wahnsinnig gering. Zum Glück sind es also sehr schwache Wellen. Unser Raumzeitgefüge ist also relativ stabil und wird nur sehr, sehr, sehr gering gestört. Das ist eine Riesengeschichte für uns in der Astronomie, denn es wird viele, viele Entdeckungen geben. Seit 2015 wird immer wieder gemessen. Wir haben jetzt gerade den dritten Beobachtungslauf von der LIGO-VIRGO-Kollaboration laufen. Das ist also ein Zusammenschluss von wahrscheinlich mittlerweile 2000 Wissenschaftlern, Technikern, Theoretikern, Experimentatoren, Laserexperten und so weiter. Viele, viele schlaue Menschen, die hier diese Detektoren bauen, die Simulationen wie diese durchführen, um dann eben zu verstehen, wie dieses dunkle Universum der Gravitationswellen aussieht. Und wir haben schon Dutzende von Quellen mittlerweile parat, die entdeckt wurden. Vor allem miteinander kollidieren das Schwarze Löcher verschiedener Massen. In zwei Fällen hat man was anderes gesehen, nämlich zwei Neutronensterne, die sich zu nahe kamen und verschmolzen sind. Und das ist dann eben das letzte Bild, was ich Ihnen zeigen möchte vom ästhetischen Gehalt. Vielleicht würden Sie sagen, naja, ausbaufähig, Herr Müller. Aber vom Informationsgehalt sozusagen, von dem Wow-Effekt muss man sagen, Hammer. Denn wir sehen hier wieder mal ein Bild vom Weltraumteleskop Hubble. Es ist eine Galaxie, in der genau diese Kollision von zwei Neutronensternen stattfand. Und was ist da passiert? Also die Messung, das Ereignis hat den Namen GW170817. Da steckt nämlich das Datum drin. Am 17. August 2017 wurde das Signal nachgewiesen. Und es wurde nicht nur in Form von Gravitationswellen nachgewiesen, man hat auch ein Nachleuchten gesehen. Das war neu. Denn wenn zwei Schwarze Löcher miteinander kollidieren, ist zu erwarten, dass da im Wesentlichen nur die Raumzeit bebt, aber dass elektromagnetisch mehr oder weniger nichts zu sehen sein wird. Hier hat es nicht nur Bums in der Raumzeit gemacht, es hat auch Bums im Leuchten gemacht. Und zwar ein Feuerwerk. Der gesamte Bereich des elektromagnetischen Spektrums hat geleuchtet. Hier eben auch im optischen Bereich. Aber es waren hunderte von Observatorien. Die haben im Infraroten, im Radiobereich hier ein Nachglimm gesehen. Es sind also zwei Neutronensterne zusammengestoßen. Die haben ungefähr sowas wie zwei Sonnenmassen. Es gibt auch leichtere mit einer Sonnenmasse. Die Maximalmasse ist eine große Frage, die man sich auch erhofft, dass die von solchen Beobachtungen geklärt wird. Die schwersten Neutronensterne könnten sowas wie 2,5 Sonnenmassen haben. Und wenn Sie mal auf das Bild unten schauen, auf diese Bilderfolge, sieht man also, wie hier innerhalb weniger Tage diese sogenannte Kilonova, also eine Explosion, hervorgerufen durch die Kollision von zwei Neutronensternen, von Sternüberresten nämlich. Die entstehen ja immer dann, wenn eine Supernova stattfindet, ein massereicher Stern explodiert, bleibt so ein Neutronenstern übrig. Der ist kleiner, als der vorhin besprochene weiße Zwerg, hat ungefähr 20 Kilometer Durchmesser, aber eben 1 bis 2,5 Sonnenmassen ungefähr. Und wenn die zusammenrauschen, dann haben Sie eine Wahnsinnsbombe, könnte man sagen, die da hochgeht, die sowohl die Raumzeit als auch eben elektromagnetisch einiges zum Erschüttern bringt. Und das ist hier sehr schön in diesem Abklingverhalten, in dieser Sequenz zu sehen. Es sind, wenn man das physikalisch genauer verstehen möchte, es ist kompliziert, könnte man sagen. Denn es ist tatsächlich so, dass wir erstmal eine prompte Gravitationswellenemission haben, die sozusagen sofort kommt, also durch den Zusammensturz dieser beiden Neutronensterne. Sehr wahrscheinlich haben die ein kleines schwarzes Loch gebildet. Da ist man sicher nicht ganz klar, aber man guckt hinten, man sieht nichts. Aber man kann natürlich von den Simulationen her sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass das geschehen sein muss. Und der zweite Punkt ist eben dieses Nachleuchten, das wir hier sehen. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das kommt daher, dass wir hier Neutronenmaterie haben, die miteinander zusammenrauscht. Und da ist auch anderes Material involviert, auch schwere Elemente. Und wenn diese schweren Elemente, die da auch schon vorhanden waren, Eisen zum Beispiel, weitere Neutronen aus diesem neutronreichen Milieu auffangen, dann bilden sich dabei schwere Elemente. Also wir sind mittlerweile davon überzeugt, dass die ganz schweren Elemente, Gold, Blei und so weiter, also alles jenseits von Eisen, dass die auch vor allem in solchen Neutronensternverschmelzungen, aber auch eben in einzelnen Sternexplosionen entstehen, wo wir ein solches neutronreiches Milieu haben. Und was passiert dann, wenn sie diese schweren Elemente haben? Dann sind die radioaktiv und sie werden radioaktiv zerfallen. Zum Teil auch sehr, sehr schnell. Und das ist genau das, was wir hier in dem Nachleuchten sehen. Es ist so ein radioaktiver Zerfall, den wir hier eigentlich sehen. Diese Helligkeit fällt auch genau ab mit dem radioaktiven Zerfall. Dann weiß man eben auch, was da genau zerfallen ist, welche Elemente da drin stecken. Man weiß natürlich auch aus diesen spektroskopischen Beobachtungen. Aber das ist also eine ganz spannende Geschichte. Warum zeige ich Ihnen das am Schluss? Wir haben hier also einen Fall von, oben steht es auch drüber, dem Titel von Multi-Messenger-Astronomie. Also eine Astronomie, die nicht nur darauf beruht, dass wir elektromagnetische Wellen, egal welcher Farbe und Wellenlänge, aufsammeln, sondern eben auch Gravitationswellen und mittlerweile auch Teilchen. Teilchenphysiker sammeln Teilchen aus dem Kosmos auf, Neutrinos mit vielen Teleskopen mittlerweile, Borexino-Experiment, Ice Cube am Südpol. Da gibt es also eine ganze Armada von Detektoren, die die aufspüren können. Das ist ein schwieriges Geschäft, aber die messen eben auch mittlerweile kosmische Quellen, vor allem natürlich die Sonne oder Supernova-Explosionen, aber auch zum Teil sehr, sehr ferne Quellen, extragalaktische Quellen weit draußen. Und das ist natürlich jetzt spannend, dass wir eben ein neues Fenster haben mit den Gravitationswellen und direkt in so einem glücklichen Fall wie hier gleichzeitig sowohl im elektromagnetischen Bereich wie auch bei Gravitationswellen beobachten können und so ein Gesamtbild von diesem Objekt entsteht. Aber ich habe Ihnen viele Bilder gezeigt, wo klar wurde, ja, wir haben ein schönes Leben und irgendwann ist es vorbei. Arecibo ist leider den Bach runtergegangen, ist jetzt leider beschädigt nach fast 60 Jahren Alter. Es ist leider kaputt gegangen. Ich habe Ihnen eine ganze Menge Sternexplosionen gezeigt, da ist auch viel kaputt gegangen. Ich habe Ihnen den planetarischen Nebel gezeigt, der verschwindet, der also auch wahrscheinlich in 20 bis 30 Jahren in der Form nicht mehr beobachtbar sein wird. Und deshalb passt, finde ich, zu diesem Thema sehr gutes Zitat, was ich an den Schluss gestellt habe von Friedrich Schiller, auch das Schöne muss sterben. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie hatten Spaß bei der Schönheit der Astrophysik, aber auch das Schöne ist irgendwann vorbei. Solange das Schöne da ist, genießen Sie es, machen Sie das Beste draus. Und jetzt hoffe ich, haben wir noch eine schöne gemeinsame Runde bei den Fragen. Vielen Dank erstmal. Andreas, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag und für die fantastischen Bilder. Ganz viel Lob auch aus dem Chat. Es gibt tatsächlich einige Fragen, aber zu Beginn habe ich versprochen, einer Teilnehmerin, die bedauert hat, dass so ein schöner Mann nur als kleines Bild immer rechts oben eingeblendet wird. Vielen Dank. Dass ich die jetzt da mal groß zeige, das mache ich jetzt auch hiermit gleich. Na, dann ist vielleicht der Effekt vorbei. Wenn Sie es dann in groß sind, denken Sie, wäre er doch klein geblieben, der Mann. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Zum Jupiter. Warum hat der Jupiter im linken Bild, die du gezeigt hast, unterschiedliche Brauntöne? Die Farben selber, ich zeige das Bild hier nochmal, da haben wir natürlich alle möglichen Elemente, chemische Elemente. Ein wilder Cocktail vom Material. Weiß zum Beispiel ist auch oft so etwas wie Ammonium, Methanwolken, gefordene Methanwolken. Also es gibt da auch durchaus, je nach Temperatur natürlich dann auch komplizierte Moleküle mit den eigenen Emissionen, mit den eigenen Farbgebungen. Erinnern Sie sich einfach mal an das Chlorophyll zum Beispiel, was wir in den Blättern haben, in den Pflanzen haben. Das Molekül absorbiert rote Farbe aus dem Sonnenlicht, sodass eben dann das Grüne, das subtraktive Farbgebung, Farbtheorie, können Sie also auch einen Künstler fragen oder einen Künstler fragen. Das Grüne bleibt übrig, deshalb sehen die Blätter eben grün aus. Und hier haben wir Braun. Braun ist ja nicht eigentlich so eine richtige Farbe. Kennen Sie ja auch nicht vom Regenbogen. Wenn Sie den Regenbogen sich mal anschauen, aufgefächert, wo ist da Braun? Braun ist eben eine Mischfarbe, die dann typischerweise durch auch Abschattungseffekte zustande kommt. Und man muss eben dann hier nochmal im Prinzip genauer spektroskopieren, um dann herauszufinden, welche Moleküle dafür verantwortlich sind. Aber es ist mit Sicherheit eine Mischung. Und Rot spricht ja immer für Eisen, Eisenoxide, deshalb hat der Mars zum Beispiel auch diese charakteristisch rote Farbe. Das ist Rost, wenn Sie das mal ganz unromantisch ausdrücken wollen. Die nächste Frage. Gibt es noch eine zweite Galaxie, die sich auf uns, auf die Erde, zubewegt? Mit Sicherheit. Also wir haben ja die sogenannte lokale Gruppe. Eine Gruppe von Galaxien ist immer eine Ansammlung von 50 bis 100 Galaxien. Galaxienhaufen, Haufen Galaxien sind immer dann etwa 1000 und mehr. Und die lokale Gruppe, das sind also die zwei dominanten Player, genau die genannten Galaxien, Milchstraße und Andromeda-Galaxie, weil es nämlich die größten sind. Und wenn Sie sich mal Simulationen anschauen, dann ist es immer typischerweise so, es ist wie so eine Art Bienenschwarm. Sie haben also die großen Galaxien, die auch dann immer dominanter werden, weil durch diese große Masse verleiben sich kleinere Galaxien ein. Wir haben übrigens hier in dem aktuellen Heft Januar, können Sie jetzt diese Woche reinschauen, einen Artikel von Gaia drin. Da geht es auch genau um eine solche Kollision, das ist auch das Titelbild hier, nämlich wie unsere Galaxie. Das kann man natürlich nicht von außen betrachten, aber wir sehen die Spuren dieser Kollision unserer eigenen Galaxie mit kleinen Zwerggalaxien, zum Beispiel der Enceladus-Galaxie. Da geht es genau in dem Heft darum, was man eben über die Spuren in den Sternenbewegungen nachweisen kann. Gaia ist ein Astronom-Astrometrie- Satellit, der in sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre seine Daten aufsammelt von eben vielen Milliarden Sternen und dabei eben herausfinden kann, aufgrund dieses Datenschatzes können wir dann lernen, wie diese ganze Struktur Milchstraße aufgebaut ist, wie sich die Sterne bewegen, wie sie sich auch verändern. Es gibt einen tollen Flug, den Sie zum Beispiel sich mal auf der Gaia Sky App anschauen können. Da fliegen wir sozusagen zu den Nachbarsternen hin, an den Hyaden vorbei und sehen dann eben viele Strukturen. Also das ist einfach ein wahnsinnig dynamischer Vorgang und das passiert eben auch bei diesen Galaxiengruppen. Wie ein Birnenschwarm umkreisen sich diese ganzen Galaxien, vor allem die beiden großen oder mehrere große Galaxien ziehen sich früher oder später an, werden dann auch verschmelzen miteinander und natürlich, wie es immer so ist im Leben, die kleinen werden, gefressen. Also es ist eine Art von Kannibalismus, wo sehr, sehr kleine Zwerggalaxien einfach vertilgt werden von den Großen und die Großen noch schwerer werden. Also das, da gibt es viele Beispiele. Mir ist jetzt keine konkrete Galaxie mit Namen bekannt, die sich genauso auf uns zubewegt, auf die Milchstraße zubewegt, aber es ist ein wahnsinnig dynamischer Effekt und es gibt mit Sicherheit kleine Zwerggalaxien, die vielleicht auch namenlos geblieben sind und nur einen Katalognamen haben, die auch auf unsere Milchstraße sich zu bewegen. Die nächste Frage, welche Objekte sollte man als Einsteiger mit einem 10 Zoll Dobson ansehen? Ich weiß nicht, was für eine Einheit ist das? 10 Zoll, das sind also 25 Zentimeter. Also da können Sie zum Beispiel, schauen Sie sich gerne mal die Planeten, die ich hier auf dem nächsten Bild gezeigt hatte, an Jupiter und Saturn. Sie werden auf jeden Fall beim Saturn ein vielleicht nicht ganz so tolles Bild wie hier bekommen. Das war ja von einem Spiegel vom NTT, der ja 3,6 Meter Durchmesser hat, also viel, viel größer ist. Aber Sie werden auf jeden Fall den Ring der Saturn sehen und auch die Bandstruktur von dem Jupiter sehen. Sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Bei den Dobson-Teleskopen haben Sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und natürlich, was immer dankbare Objekte sind, auch mit einem Feldstich, also mit einer kleineren Optik, sind die offenen Sternhaufen. Bekannteste sind die Pleiaden. Hyaden, hatte ich auch schon erwähnt, sind also im Stier zu sehen. Haben Sie derzeit zum Beispiel auch gute Bedingungen am Himmel, um das sich anschauen zu können. Da sollte man aber nicht eine große Vergrößerung nehmen, weil diese offenen Sternhaufen leben davon, dass sie halt genau in das Gesichtsfeld des Fernglases zum Beispiel passen. Also da nimmt man am besten ein Fernglas. Aber schauen Sie bei Stern und Weltraum rein. Da haben wir ganz viele Beobachtungstipps, auch für unterschiedliche Optiken, für den Kleingeldbeutel, aber auch für Leute, die bessere Teleskope haben. Und wir haben auch immer wieder Laserbilder, die wir abdrucken, wo Sie dann sehen können, aha, was haben die Leute denn so für Teleskope, was haben die da aufgenommen, was für Fotos sind denen gelungen. Da entwickeln Sie auch ein sehr gutes Gefühl dafür, was möglich ist, auch mit Ihrer Optik. Die nächste Frage. Kleiner man dachte, unser schwarzes Loch ist inaktiv, frisst also nichts. Warum leuchtet es dann? Es gibt immer Aktivität, die ist zwar sehr gering. Also in der Theorie unterscheiden wir da verschiedene Zustände auf von den schwarzen Löchern. Das ist wirklich eher sehr, sehr wenig, was da reinfällt. Und man sollte es kaum glauben. Es gibt ja hunderte von Milliarden Sternen in der Milchstraße. Aber trotzdem verirrt sich nur etwa alle zehn oder sogar hunderttausend Jahre ein Stern mal in das schwarze Loch. Es passiert also sehr, sehr selten. Es ging ein Aufschrei durch die Medien und auch durch die Wissenschaft, als man diese Wolke G2 beobachtet hatte im Nahinfrarotbereich mit dem Very Large Telescope in Chile. Das sind diese vier Großteleskope mit acht Metern Spiegeldurchmesser. Da hatte man eine Wolke aufgespürt im Nahinfrarotbereich, die gerade sozusagen auf dem Weg ist, in das Zentrum der Milchstraße hineinzustürzen. Der große Crash und der große Zerriss in der Form ist aber ausgeblieben. Man weiß nicht so genau, ob es dann wirklich eine Wolke war. Die hatte auch nur einige Erdmassengröße, weil so im Vergleich zu einem Stern Peanuts, ja, also ein Snack für das schwarze Loch, wenn überhaupt. Und insofern ist es natürlich dann, passiert da doch relativ wenig, muss man sagen. Also wenn Sie sich die richtigen gestandenen aktiven schwarzen Löcher angucken, in Quasaren zum Beispiel, da geht es also ganz anders zur Sache. Da haben Sie auch viel höhere Einfallraten von Materie pro Jahr, viel größere Mengen. Das ist also wirklich viel, viel weniger beim Zentrum der Milchstraße. Bestimmt die Armlänge eines Laserinterferometers den messbaren Frequenzbereich von Gravitationswellen? Wenn ja, wird man mit LISA verschiedene Frequenzbereiche einstellen können. Auf jeden Fall. Das ist auch genau der Punkt. Also mit LISA wird man den niederfrequenten Bereich messen können. Also Sie können sich mal die Website GW Plotter zu Gemüte führen. Christopher Berry unterhält, glaube ich, diese Website. Und da gibt es dann auch so ein interaktives Tool, wo man sich die Empfindlichkeitskurven von den verschiedenen Detektoren anschauen kann. Und da stellt man fest, von Ihnen aus gesehen, haben wir hier die Gravitationswellenamplitude und hier haben wir die Frequenz der Gravitationswelle aufgetragen. Und diese Empfindlichkeitskurven haben immer so eine U-Form. Und da, wo das Minimum der tiefe Punkt von dem U ist, da freut sich der Gravitationswellenforscher, weil da ist eben das Instrument am empfindlichsten. Typischerweise bei LIGO und Virgo etwa bei 100 Hertz, Gravitationswellenfrequenz. Und diese Frequenz rutscht eben, wenn man LISA hat, also da reden wir von 2,5 ist der derzeitige Plan, 2,5 Millionen Kilometer Armlänge. Das Ding ist so groß, das können Sie gar nicht mehr auf die Erde draufpacken. Es fliegt der Erde hinterher, weil es Abmessungen hat, die eher vergleichbar sind mit dem Abstand Erde zur Sonne. 2,5 Millionen Kilometer. Und durch diese gigantische Armlänge können Sie dann viel niedrigere Frequenzen sehen. Also von Ihnen aus rutscht dann sozusagen die Empfindlichkeitskurve zu kleineren Frequenzen hin, niederfrequenter Bereich. Und da kann man plötzlich auch etwas, was sozusagen brummt, in Anführungsstrichen, hören, zum Beispiel verschmelzende weiße Zwerge. Das sind also, oder auch Sterne, die miteinander kollidieren. Oder auch natürlich ganze Galaxien. Also sowas wie das hier, die Verschmelzung von Galaxien, möchte man dann in Gravitationswellen sehen. Und das wird mit LISA ab 2034 möglich sein. Das wird also sehr, sehr spannend, weil es öffnet sozusagen ein komplett neues Fenster. Es ist wie, wenn Sie die ganze Zeit nur optische Astronomie betrieben haben. Auf einmal machen Sie Röntgen- oder Radioastronomie. Plötzlich kriegen Sie ganz andere Wellenlängenbereiche und natürlich ganz andere Informationen. Die letzte Frage noch. Warum bildete sich unser Sonnensystem ursprünglich aus einer Aggressionsscheibe sich umkreisende Galaxien aber offensichtlich nicht? Nun, also die Galaxien haben sich wohl auch aus einer Scheibe gebildet. Diese elliptischen Galaxien, was ich Ihnen gezeigt habe, M87 war diese elliptische Galaxie, die ist aus einer Kollision von Spiralgalaxien hervorgegangen. Also am Anfang waren das auch scheibenförmige Galaxien. Und das ist auch kein Wunder. Auch beim Sonnensystem, wenn Sterne entstehen, wenn Planeten entstehen, immer hat die Rotation da eben eine Rolle zu spielen. Und das sieht man auch in Simulationen. Also wenn man Simulationen von einem verteilten Material sich anschaut, dann sind da immer irgendwelche Instabilitäten am Werk. Es gibt Treibungseffekte. Es gibt aber auch dann einfach irgendwann einen Drehimpuls. Das heißt, irgendwas, irgendwelche Vorgänge in den Wolken, meistens eben Instabilitäten, sorgen dafür, vor allem auch angetrieben durch die Gravitation. Die Gravitation hat ja die Eigenschaft, sie zieht alles an. Das heißt, da bildet sich ein Klumpen. Dieser Klumpen wird aber dann noch effizienter, um anderes Material anzuziehen. Dann fällt noch mehr Material drauf und noch mehr. Das nennt man die gravitative Instabilität. Und die sorgt dafür, dass das Zeug auch dann irgendwann in Drehung gerät, dass also ein Drehimpuls ins Spiel kommt. Und der wiederum ist genau der Grund dafür, dass es dann abflacht in diese Scheibenform. Wenn Sie Materie haben, die rotiert, dann flacht das Ganze früher oder später zu so einer Scheibe ab. Wie beim Töpfern, wenn Sie Töpfermasse haben und die ist sehr leichtgängig sozusagen und Sie setzen jetzt Ihre Töpferscheibe in Bewegung, dann werden Sie feststellen, dass das Material auch abflacht durch diese Rotation. Genau das passiert eben auch in der Natur. Alles rotiert. Galaxien, Sterne, schwarze Löcher, Neutronensterne aber auch besonders schnell. Also deshalb bildeten sich da immer diese Scheiben aus. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas Müller. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für den tollen Vortrag. Auch das Publikum ist wirklich ganz begeistert gewesen. Ein schönes Format. Ich finde, es hat auch doch eine hohe Interaktivität, obwohl wir im Grunde direkt auf YouTube raus streamen. Für dich vielleicht besonders bedeutsam. Du hast nicht verloren durch das Großbild. Du bleibst weiter attraktiv in der Wahrnehmung der Zuschauer. Also von daher ganz wunderbar. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Zuschauern bedanken fürs Zusehen. Bleiben Sie uns gewogen. Wir haben noch vor Weihnachten eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen, die wir streamen, entweder über Zoom oder auf YouTube. Ganz besonders möchte ich Sie für den Samstag einladen. Wir haben ein ganz wunderbares Musikerpaar zu Gast. Birkett Hall, fantastische Sängerin, fantastischer Gitarrist. Wir streamen dieses Konzert eben auch live auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn viele zuschauen würden. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.